Der Rhabarber. Man sollte beim Kauf darauf achten, dass die Stangen schön fest sind und keine beschädigten Stellen aufweisen. Vor dem Kochen müssen die Blätter und die Enden entfernt werden, so wie die gröbsten Außenfasern der Rhabarberstange einfach abgezogen werden. Meist in kleineren Stücke geschnitten, steht dann dem süß-sauren Vergnügen nichts im Wege. Man genießt Rhabarber roh mit etwas Zucker bestreut, in Kompott, in Geles oder auch als Gemüsebeilage zu würzigeren Speisen. Rhabarber hat einen hohen Gehalt an Vitamin C, Kalium und Calcium und man bekommt ihn in Wien leider nur, also in Österreich leider nur recht kurz und zwar hat er Saison von April bis Juni.